Hallo und herzlich willkommen zu dieser Video. Ja, heute ist der 12.10er Vlog und ja, ich bin heute um 12 Uhr aufgestanden, hab dann zwei Folgen Haus des Geldes geguckt und ja, jetzt haben wir 17 Uhr und jetzt wird der Wocheneinkauf mal wieder gemacht. Deswegen Maske schnappen und ab zum Edeka. So, mittlerweile haben wir auch schon 21 Uhr und ja, ich hab grad das Video geschnitten, das rendert hier gerade und in der Zeit werde ich jetzt mal den Müll rausbringen. So, ich hab jetzt den Müll rausgebracht, das Video ist fertig gerendert. Ich wollte mit meinem Freund wieder Eurotruck spielen, aber erst wird das Video geuploadet. So, ich hab das Video jetzt hochgeladen und jetzt wird wieder Eurotruck gespielt. So, wir haben jetzt mittlerweile 2 Uhr in der Nacht und ja, ich stehe jetzt hier im Bett und gucke euch noch ein paar Serien. Aber ich will auch schon wieder sagen, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefällt, bitte schaue ich einen Daumen auf oben, Freunde. Und wenn ich es ja, passt mal abdecken mit mir und klickt auf die kleine Glocke. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.